Hallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen, hier ist Eino Toka aufs Brot und neben mir ist der gute Kienzipfel da, der mit Baumhiel verprügeln will. Und wir spielen hier ein bisschen... Was? Oh, entschuldige, entschuldige, der Iron Dust oder was das ist, der ist durchgedreht. Äh, tut mir leid. Ich guck mal in die Kiste, ja? Darf ich? Darf ich in die Kiste gucken? Darf ich? Ja, was soll denn da passiert sein? Und da ist ein Nethergold-Ohr drin. Sexy, sexy. Ja, und die Hälfte ist auch wieder. Ach, du brauchst Redstone, ne? Hier, ich hab ein... Oh, geil! Unsere Sorgen sind gerettet. Ja. Wir haben ein Redstone. Ja, endlich haben wir wieder Redstone. Ich hab hier auch sogar noch neun Leadstone-Energy-Kondrid, die würden helfen. Ich muss nämlich noch ein... Eins, zwei, drei... Ah, ich kann sogar noch zwei Laser-Drill-Breed-Charger herstellen. Wow. Damit wir schneller da an Sachen kommen. Laser-Drill-Breed-Charger. Arden-Glass-Clothed-Stone-Eliminator. Okay, schauen wir mal, was wir dazu noch brauchen. Oh. Ach, das könnte ich ja mal scannen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ah, funktioniert sogar sehr schön. Irgendwo Zombie ist er, aber ich weiß nicht wo. Das ist ein Zombie in unserem ME-System? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ey, ich weiß, äh, dich nervt bestimmt die Frage, aber wie packe ich nochmal Sachen in die Tonnen? Im Rechtsklick, wenn ich es ausgewählt habe, wenn ich es in der Hand habe, ne? Ja, was denn sonst? Ah, da hätte ich auch drauf kommen können. Gut. Tin. Wo ist Tin? Dann hätte ich gerne eine Kuh oder zwei. Dann bringen das goldene Lasso und zwei... Womit? Zwischen mal Kühe auch mit Weizen? Mhm. Du Minecraft-Pro. Ich hab nur nie Kühe gezüchtet. Echt nicht? Brauchtest du nie Leder? Ich hab das immer von den Imps im Nether geholt. Also ich spiel halt fast nur mit Mods, muss ich dazu sagen. Laserdrill. Okay, was brauch ich noch? Hardened Clays. Hatten wir nicht noch Hardened Clays? Ne, anscheinend nicht. Okay, dann brauchen wir noch Hardened Clays. Ach, nächste Folge. Oh, Brainiac auch weg? Ach so, ja, und wenn die weg sind, dann funktioniert das mit dem Schlafen auch. Sehr gut. Was ist das? Ach, da ist Pink Slime noch. Ja, 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 ja. Den lass ich mal in Ruhe. Den brauchst du noch mal. Ich wollte versuchen, ob der wächst oder sind es immer noch die Kleinen? Ich weiß es nicht. Das sind anscheinend nur die Kleinen. Naja, egal. Oh, in Ordnung. Äh, ja, ich brauch noch mehr Obsidian. Brauch ich. Ach komm, ich helf dir. Ich mach dir einen Tank. Ach nee, dafür brauch ich Obsidian. Scheiße. Oder kann ich einen Tank von deinem Konstrukt wegnehmen? Nein. Die oberen auch nicht? Nein. Okay. Das sind übrigens keine Tanks. Ach so, da die meinst du? Ja. Ja doch, das sind Tanks, aber die benötige ich. Okay. Da ist ja noch Blut drin. Aber der obere, der, den kann ich wegnehmen. Ach, das ist doch egal. Da ist ja noch 1980 drin. Geht auch so. Ich brauch ja nicht so viel Obsidian. Normalerweise. Da haben wir jetzt drei. Oh, Brickentatio. Geil. Geil. Voll geil. Ach komm, machen wir noch ein bisschen mehr. Ja, Junglewood hab ich natürlich schon. Pulverritsa. Oh, da grubbelt mein Handy schon wieder. Was kann ich denn noch beim Reaktor-Controller kann ich scannen? Aha, bringt nur Eisen. Und was ist das? Reaktor-Access-Port? Auch nur Eisen. Also, Metallum. Äh, ja. Was ist oben drauf? Control-Rod. Ah, Metallum. Und was ist hinten? Noch ein Access-Port. Hab ich schon. Und was ist hier? Laser-Drill-Precharger. Scannen. Kaputt. Äh, das ist mal da, du. Laser-Drill. Pulverritsa. Scannen. Oh, der hat's vollgebracht. Voll viele Punkte für alles Mögliche. Echt? Juhu. Nice. Yes. So, ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, wer oder was mir hier geschrieben hat. Ich vermute nämlich mal, dass das jetzt Schneckball ist, weil es irgendwas... Nee, das ist nicht gut. Nur irgendeine Fusurisierung. Das ist ja schon wieder ein neues Session hier. Ich überlege gerade, was ich letztes Mal machen wollte. Ich glaube... Ja, ich weiß wieder. Ups. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Erstmal das Herz fressen. Iiiiii. Ich esse dein Herz. Lecker Blut. Ach, jetzt habe ich erst Perfodio. Klar. Ich habe Perfodio. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja. Lecker Strumpf. Ja. Hat mir mein Arzt gesagt. Ich hätte Perfodio. Ja. Ich habe Aphrodisiaco. Mmh. Getrunken. Hey, coole Frisur. Hey, coole Frisur. Kann ich das noch nicht? Kann ich das noch nicht? Ja, wenigstens kann ich Magical Metallurgie. Mmh. Das heißt, ich kann Taumium herstellen. Aber dafür brauche ich vier Precantatio im Kessel. Kessel habe ich oben, genau. Habe ich schon. Ähm. Nom, 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 nom. Ich möchte gerne eine Fokustasche, damit ich mal ein bisschen in den Quests weiterkomme. Da ist sie ja. Ah, jetzt fühlt mir hier auch Redstock. Ich fühle auch Flucht. Ist ja recht einfach zu machen. Ein bisschen Leather. Mein Radar ist schon wieder aus. Warum mache ich immer mein Radar aus? Weiß ich nicht. Du bist unterm Radar. Unterm Radar ist er. Ja, anscheinend. Wo ist denn das, Schätzlein? Direkt wahrscheinlich zu den Kühen durchgelaufen. Ein Leather. Ich brauche noch mehr Leather. Wo kriege ich das? Im Nether? Leather, Nether. Wo ist mein Schwert? Da ist mein Schwert. Auto Repair und Smite ist drauf. Hast du ein Schwert mit Plünderung? Tsssss. Mmh. Ja, Looting 1. Na, immerhin. Kann ich mir das ausleihen, du kriegst meins dafür. Äh, warum? Ich möchte Leather besorgen. Im Nether? Nein, von Kühn. Ich hab grad gedacht, ey. Ja, ja, warte. Warte, was, was, warum werden wir jetzt ausgebucht? Na, was sie hinter dir steht. Sie hat dir in Schrecken eingejagt. Da, aber fall nid runter. Hier. Was soll ich mit deinem Kack? Das ist geil. Das ist viel besser als deins. Samurai-Schwert. Okay. Laser-Drill-Preach-Charter kannst du den jetzt machen. Samurai-Schwert. Zack, 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 zack. Vielen Dank. Wie viele Kühe haben wir denn noch? Muss ich Weizen mitnehmen? Ja, muss ich. Haben wir hier noch Weizen? Ja, haben wir. Sehr schön. Einen Kuh-Hus. Einen Kuh-Hus. Einen Kuh-Hus. Einen Kuh-Hu-Kuh-Hu. Will sie sich jetzt eine Kuh klauen? Eine Eule mit einer Kuh-Kreuz. Eine Kuh-Hu. Alter, warum laufe ich die ganze Zeit nahe links? Haben wir da hinten noch mehr Kühe? Will Mutsi jetzt eine Kuh haben, oder was? Dann warte ich noch mit dem Schlachten. Dann warte ich noch mit dem Schlachten. Ich laufe die ganze Zeit nach links, ohne was zu machen. Das finde ich uncool. Ich warte noch darauf, dass du runterfällst, ey. Ja, ohne Scheiß. Ich laufe wirklich die ganze Zeit nach links. Okay. Dann muss ich wohl noch warten mit dem Leder. Das ist ja doof. Was muss ich denn noch machen für die Quest? Ach, jetzt war ich im Optionsmenü, jetzt ist es gut. Okay. Abgefahrene Scheiße. Gold Wand Cap. Okay, muss ich noch machen, glaube ich. Ich glaube, ich muss ich das machen. Warte mal. Ich sage dir das Quest Book. Hallo, Quest Book. Hallo, Kindi. Grüß. Ja, warte, Steve. Wir haben eine Kuh dazubekommen. Die hat sogar einen Namen. Die heißt die Mutsi. Gold Cap, ich brauche eine Gold Cap Wozu, weiß ich nicht Ich habe ja schon zwei Taumium-Bosse Silverwoods-Devs Was für eine Kappe haben die eigentlich Ich glaube eine Taumium-Kappe Naja, sonst würde ja nicht Taumium-Bosse stehen Mal ein bisschen mit meinen lila Slimes angeben Gold, habe ich drüben noch Habe ich ja hier in die Kiste gepackt Weil man es für Taumcraft immer, immer wieder braucht Jetzt läuft sie vorbei Ein Lugget reicht, ich brauche nur einen Cap Ups So, den Stab da rein Den Lugget hier rein Gold Cap Und dann können die Nuggets wieder da rein Gleich brauche ich noch einen Und das reimt sich sogar Und das kann weg Ich gucke mal in unsere In unserem Sieb-System in der Endkiste Also die Kiste, wo der Rest reinkommt Ah, ist noch Platz, gut Dann packe ich das mal da rein Das da rein Raw Plastics ins System Ja, Bins-System mit dir Habe ich noch Quicksilver Silikon, wofür braucht die Silikon? Brauche ich gar nicht mehr Wenn du noch ME-Kabel brauchst irgendwann Sind im System Lever brauche ich nicht Quartz-Cutting-Life-Gun weg Ah, ja, schön Pulverized Iron Bla 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 So Ich bin froh, dass ich mal ein bisschen hier Shit organisieren konnte Ih Eklikli Ja Code-Kontrolle Was? What? So, jetzt gehe ich schlachten. Badum. Yeah, der zweite Breed Charger funktioniert auch. Das ist sehr gut. Man sollte das hier jetzt... Oh, der hat es schon nochmal gefüllt. Was haben wir bekommen? Nether Routine Ore. Okay. Was kann man daraus machen? Routine Ore, Routine Ore. Immer macht er nur einen. Slag, Rich Slag. Okay. Oh, wie viele Kühe hat er denn mitgenommen? Eins. Eins? Ein Impure Thetium Ingot. Jo, wir hatten... Da kam jetzt nur ein von dir. Also wir haben nur eine Babykuh. Oh, nee, zwei Babykühe. Dann kann ich ja die Kühe alle schlachten. Aber dann dauert es ja nächstes Mal noch länger. Dann warte ich lieber noch. Gut, dann muss ich mich anders. Genau, einen Laser Drill Pre-Charger machen. Okay. Great World Warme Core habe ich doch schon. Ja, gut. Habe ich schon. Ähm, was muss ich denn noch machen, um weiterzukommen? Ich habe doch hier eigentlich Easy Mode bei TomCraft. Ah, jetzt brauche ich Pain Redstone noch. Research Mastery, aber was bringt mir das? Gar nichts. Ja. Dann gehe ich lieber... Ah, Advanced Node Tapping kann ich nicht, weil ich keinen Auraum habe. Nee. Wie kriege ich Auraum? Hast du dran glauben? Mhm. Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Das klappt. Glaub mir, junger Grashüpfer. Hüpf, hüpf. Ähm, nee, ich kann es mir ja machen, wahrscheinlich. Aber dafür brauche ich wieder Cricketace hier. Ja, ich mache es mir jetzt selbst, genau. Dafür brauche ich Brickentatio und Air. Und Brickentatio habe ich nicht viel. Du hast gar keinen Redstone mehr, ne? Ich brauche aber noch einen. Nee, habe ich ja gerade... Ich habe dir meinen gesamten restlichen Bestand gegeben. Ja, 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 den einen. Illumination Frame. Ich brauche noch zwei Redstone. So, warte, warte. Ich kann jetzt... Okay, das ist gerade noch 8. Sehr gut. Und jetzt kann ich Node Preserver. Ja, das brauche ich auch noch. Das brauche ich, bevor ich den habe. Und das kann ich mir auch nicht kaufen. Doll. Ganz doll. Wie komme ich an mir? Ich muss... Ich muss Auren scannen. Ich gehe mal rüber zu den anderen. Und scannen eine Aura. Dann sag aber Bescheid, ne? Das nachher heißt, wir würden hier, äh, klauen. Nee, die kann ja jeder scannen. Jeder hat ja seinen eigenen... Ding. Naja. Sag, äh, sag das denen. Wie ist das mit den Regeln, wenn ich zu einer unbewohnten Insel fliege und da scanne? Ist doch okay, oder? Du darfst nur nichts mitnehmen. Alles klar. Okay. Laser. Drill Precharger. Illuminator. Flame. Oh, jetzt fehlt mir noch ein Silver Inget. Willst du mich veräppeln? Small Fireball? Willst du mich veräppeln? Das ist ein Lava-Tank. Egal. Ah, hier. Eukalyptus-Stufen. Hat man mal ein Ei gelegt. Geht nicht. Hast du ein Ei gelegt? Nein, ein Huhn hat ein Ei, 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 Ei. Äh, was? Achso. Mein, mein Scan-Ding ist kaputt. Juhu! Also, nicht dazu Juhu, sondern mein, äh, Closed-Stone Illuminator. Oh, da kann ich hier einfach nicht scannen. Das kann natürlich auch sein. Warum sollst du da nicht scannen können? Meinst du, der ist zu weit von deinem Table weg? Nee, kann eigentlich nicht sein. Es gibt wirklich Auren in der Mitte. Leute, recht viele sogar. Echt? Ja, gut, zwei habe ich jetzt gefunden. Na gut, aber auf unserer Insel haben wir nur eine, also. So, noch zwei Redstone, dann Juhu, und drei sind fertig. Was ist das denn? Sind das Wolkenblöcke? Wolle, und das sind? Ach, Neonlampe. Kann ich nicht scannen. Quarz-Lab, kann ich nicht scannen. Fancy-Lamp, kann ich scannen. White-Stained-Clay, kann ich nicht scannen. Obwohl das Minecraft-Objekte sind. Was haben wir da? Birch-Case, kann ich scannen. Birch-Shelf, kann ich auch scannen. Was haben wir? Armor-Stand, kann ich scannen. Was haben wir da? Birch-Case. Scannen, scannen die Damm. Nochmal scannen. Ach, ich habe noch kein Birken-Book-Case gescannt, okay. Aber da fehlt doch was. So. Wenn das Case eine andere Farbe hat, kann ich es nochmal scannen. Oh, fancy lamps, das ist das gleiche. Sehr schön. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, die Energieleitung hierfür ist nicht ausreichend. Oh nein. Der, oh krass, das Atomkraftwerk hat keine Energie mehr. Hör auf. Dann schmeißen wir das Ding mal nochmal an. Komisch. Wenn ich hier vor dem Gemeinschaftshaus, nenne ich es mal, stehe, kann ich nicht scannen, weil überall Small Fireball steht. State. 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 Was ist Small Fireball? Ja. Das reimt sich. Ja, das reimt sich tatsächlich. Was haben wir denn hier? Was sagt denn eigentlich die Zeit? Die Zeit sagt, hallo, ich bin die Zeit und ich bin genau 18 Minuten alt. Oh. 18 Minuten alt. Heide Witzka. Ich habe jetzt drei Lasertrill Precharger hierhin geklatscht. Und jetzt brauche ich halt Redstone en masse, um die guten Leitungen da dran zu machen. Alter. Aber bist du schon drüben? Alter. Hau nicht so auf der Tastatur rum. Mann. Was sollen denn die Leute denken? Gucken wir mal ins Quetzbuch. Oh, Zombie-Quest können wir aber nochmal abgeben. Pomegranate. Hmm, lecker. Sind die gerade nicht auf dem Server? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie wäre es, wenn du Tab drückst, dann siehst du es? Doch, die sind da. Aber die ignorieren mich einfach. Ich gehe einfach rein jetzt. Klar, hat sie geschafft. Sehr schön. Siegel of the Kree Groove. Soll ich das mal in den Angriff nehmen? Ja, aber wäre eigentlich ganz nice. Wäre vorher mal noch nach dem Bienchen. Bienchen, Pipi, Bienchen. Fehler, wenn ich eine Aura angucke. Ich scanne mal die Mutsi. Ey, die hat mehr Aspekte als du. Ja, die ist ja auch eine Frau. Die sind komplizierter. Das stimmt, ja. Boah, drei von unseren Enderperlen sind reif geworden. Sehr geil. Und einer hat, glaube ich, doppelte Sachen getroffen. Nee, hat sie nicht? Ich habe gedacht. Hab sie ausgesehen. Ah, ein Vakuum, aber kann ich noch scannen. Wow, der hat es ja in sich. Wie kann man bei den Orbs die LP feststellen? Ach, es ist jetzt Alchemist. Wie kann man mit dem Siegel ins leere Klicke? Ups, das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte futtern. Dann suchen wir doch mal Siegel, Siegel of the Green Groove. Da ist es doch. Was brauche ich dafür? Dafür brauche ich... Alter. Drei Harvester, zwei Planter, zwei Fertilizer und eine Reinforced Slate. Das ist krass. Will man den abziehen? Das ist krass. Okay, zwei Harvester, zwei Planter und ein Fertilizer. Fangen wir nochmal rein. Jetzt haut er mich mit meinem eigenen Tormometer. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, wir müssen Sachen nachmachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Alter, habe ich jetzt alles? Reception Coils. Ich habe noch keinen Fernans gescannt. Rainy is magical. Wer schreiben kann, ist klar ein Vorteil. Eins, zwei. Die haben dann Silberwoodbaums sicher jetzt erst. Ich stehe dir die ganze Zeit mehr. Die haben auch nur wie so ein Greatwoodbaum. Ja, den sehe ich auch gerade. Das wäre auch irgendwie riesig. Ja, der ist riesig, ja. Der ist echt. Die haben zwei davon. Oh, jetzt habe ich keinen Gehör. Die kann ich mir ja bei denen erhandeln. Ich muss mich an den Ocelot ranschleißen. Schleichen. So, wir müssen dann aber jetzt auch mal ein Ende machen. Ja. Ja, dann sage ich mal vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und schaut auch das nächste Mal weiter. Wenn es hier hoffentlich mal mit Ressourcen wieder vorwärts geht. Hoffentlich. Ja, und ansonsten, danke fürs Reinschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.